Inhaber von Handwerksbetrieben für Sanitär- und Heizungsinstallationen? Aufgepasst! Sie haben jede Menge Anfragen, kommen aber kaum dazu, alles zu bearbeiten. Planungen erstellen, Material disponieren, Reklamationen bearbeiten, Mitarbeiter einweisen, Lieferungen koordinieren, Lagerbestand pflegen, da platzt einem doch der Kopf! Nein, nicht bei Herrn Müller. Dank der Zusammenarbeit mit IVT spart er sich eine Menge Zeit. Seine größeren Bauvorhaben plant jetzt kostenlos ein IVT-Fachplaner. Herr Müller erhält Installationspläne und Materialisten inklusive des passenden Angebots. IVT kümmert sich um die Materialbeschaffung und Nachbestückung seines Lagers. Und wenn er dringend etwas braucht, kann Herr Müller seine Bestellungen bei den freundlichen Verkaufsberaterinnen der IVT bequem über den Webshop oder schnell per WhatsApp aufgeben. Bestellungen, die er bis 17 Uhr tätigt, sind am nächsten Tag auf seinen Baustellen. In ganz Deutschland? Auf Wunsch auch vormittags. Und da IVT selbst der Hersteller der Installationssysteme ist, kann er sich sicher sein, dass keine wichtigen Teile fehlen. Mit dem Rundum-Sorglos-Paket von IVT spart sich Herr Müller eine Menge wertvoller Zeit und freut sich auf seine nächsten Aufträge. Überzeugen auch Sie sich von unserem Service und unseren Marken.